Video auf meinem Kanal, und zwar mit dem. Dom, Dom. Ja, und das bauen wir heute Schönes. Hä, warte, warte. Wir machen heute keine Betruss-Welt, sondern das gibt's am PC. Im Equus, wenn du es kennst. Überhaupt. Also das ist das gleiche wie Betruss. Es gibt's nur so ein Ding Ei, wo ist das Ei? Äh, Ende Ei. Ende mein Ei, also dieses Ende Drachei. Und wenn man das kaputt macht, und dann die tötet, dann sind die tot, und dann haben sie verloren, die die Eier kaputt gemacht haben, und alles, und man kann die Eier beschützen. Aber wir können ja nicht morden. Genau das ist ja das Problem. Egal, aber wir machen es halt so. Okay, komm, wir müssen ja Okay, das ist so scheiße, oder? Hä, wieso hast du dich gerade ganzer Runden gebaut? So, das ist fest. Okay, ich glaub, ganz auf. Du machst es unterwegs, wunten kaputt, oder? Ja. Nein! Oh mein Gott. Schau, hier ist der Scheiße. Jumpy. Jumpy. Ich helfe dir. Alles klar. Lass rauf, Allah. Lass rauf gehen. Okay. Erst brauchen wir... Aus was machen wir die Welt? Aus welchem Boden? Ähm... Ja, da... Ihr wie aus... Aus wehrem Boden? Meinst du von unten, oder was? Na, ja, von hier um. Von hier beginnen. Ach so. Ähm... Mir ist es komplett egal zu deiner Entscheidung. Obwohl es mein Server ist. Du wirst. Aber erst brauchen wir diese Steine. Okay. Alter, ich bin... Ich bin gerade sowas so müde. Allah. Oh ja. Dann eben diese, äh... Ziele-Steine. Mhm. Ja. Heute... Wenn ihr wisst, was ich gerade baue... Also, ich baue gerade so einen kleinen Raum. Also. Wo Admin ist, Helfer. Und auch... Mehrer Helfer, die was mir bis jetzt geholfen haben. Äh, und da steht, wo die... Da steht... Äh, wer die Map gemacht hat. Also, wir zwei. Ja. Aber... Die Helfer, die sind auch mit dabei. Die müssen auch dabei stehen. Wenn ihr morgens bei jemand anders auch hilft, dann... Muss er auch erwähnt sein. Also. Die erste Map... Die ersten Map-Erbauer sind wir, aber... Egal. Eine Frage hast du, Ark? Nein. Hast du mich hundertmal gefragt. Also, ähm... Müsstest du die das mal kaufen, oder... Eher nicht. Vielleicht, ich weiß nicht. Ähm... Okay, dieses schaut schon mal scheiße aus. Weiß ich. Danke. Ich brauche deine Hilfe. Ah, alles klar. Warte. Nein. Das... Ich hab schon mal... Ich hab schon mal die Adminrüstung zusammengekleistet, dann... Man kommt hier die Helferrüstung... Mit einem Tierherrm... Nein. Nein. Das ist Admin... Äh. Andere Sauter. Das ist... Feindes... Rüstung... Und... Nur guter Letzt, äh... Ist hier doch auch noch eine Heuferrüstung. Ey. Jujujujuj. Alles klar. Wer ist das? Ja. Wer ist das? Mein Freund, ähm... Hatte... Ich weiß es noch nicht so genau. Warte mal, ähm... Wir abbauen gerade eine Skywars-Map. Okay. Uh! Hallo? Ja. Oh, ich muss... Jo. Achso. Okay. Warte mal kurz. Warte mal kurz, bitte. Kein Plan. Wie gesagt, kein... Kein Fakt für fricken Plan. Ja. Was? Ich weiß es nämlich nicht. Ob... Ob wir es tun sollten. Ich glaube... Nicht... Nichts ungut, aber... Ich weiß es nicht. Okay. Er weiß. Ich weiß es nicht. Das ist ein Kanal. Das ist ein Kanal. scheiße passt genau das wollte ich hören die frage und jetzt passt alles ja habe ich gar nicht gemacht bitte danke wenn er ins Boot kann dann bitte warte ich schicke ihn, ich schicke ihn er, 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 er jo hallo ich hab keine bekommen also hier bist du nice okay um ja es ist so wie Egg Wars ja ich gucke nein 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 ich gucke nein 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 Du kannst das machen, du machst unten die Spitze. Mit Backrock, die Spitze, bist du dir sicher? Als ob die Spitze bauen mit Backrock. Als ob. Dominik, was hast du gemacht? Das wird die kleine Halle. Äh, äh, ja, okay, er baut, ähm, er baut nämlich von ganz unten bis nach oben. Dominik, komm her. Ja. Ich glaube, das stimmt dir nicht, oder? No. Ähm, wie, wie, ähm, wie meinst du das? Er sollte es, er sollte es so dick machen. Also, so am, so am Rand, oder? So dick? So dick? So dick? So dick und... Ah, nicht so. Nicht so, äh, falsch, oder? Leid, ich muss essen. Okay. So da, Dominik. Schau mal, haben wir gut da. Stimmt das so? Wie ich da gebaut hab? Ja, so. Oder, oder ist das hier falsch da? Wo, wo bist du überhaupt? Ja. Also, er, was? Was? Hat er? Das... Padrock. Ja, ja, das ist eh gut. Das ist eh gut. Das ist eh gut. Mach so. Ja, wir, wir, wir sollten jetzt alles so fahren unten, äh, also, also einmal die ganze Runde fahren und dann immer alles ausfüllen und dann, äh, verkleinern. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Boa. Ja? Äh, ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe, dieseه, diese hohe zu sagen... Ich helfe sogar. Nice. Ich hoffe, diese Patches, diese Patches, äh, äh, Ola, Ola zu seiner Heckosamentbrot, nice. Ja, Eckos. Ich hoffe, die Sig�� Avopsmentbrot sehr nice. Die Leute, kommt´s mal oben? Ich geh jetzt mal essen, okay? Ich muss essen. Okay, passt. Ich komm gleich. Okay. Hä? Warte, ich mach noch den Dachsatz. Okay, tschüss, ich komm gleich. Ja, okay. Ich bin in 20 Minuten wieder da, oder? Hast du etwas nicht verstanden? Ja, genau. Ja, eigentlich schon. Ja, und dann so, oder? So. Ja, genau. Ja. Kannst du PPAP? Okay. Ui. Nein, darf ich nicht. 14. Achso, hast du erst dieses Jahr oder letztes Jahr Geburtstag gehabt, oder? Okay. Okay. Okay, nice. Ja. Ja. Ich... Ich war... Level... Oder... Ich bin immer noch Level ungefähr. Level 180. Komm so... drauf an. So... in Richtung. Ja. Ja. Äh... Warte. Ähm... Ähm... Was ist? Nein. Also... Du kannst... äh... ganz gut mithelfen, muss ich mal mein Lob sagen, also... Ja. Ja. Ich hab den gebaut. Also... Also angefangen. Ja. Dann... Dann... Äh... Ich glaube, ich... Ich werde dann wahrscheinlich, ähm... Ein paar Videos mal da... Aufnehmen von dem... Sachen. Ja. Aber... 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 Falls es fertig ist... Alles ganz... Snap oder so... Ähm... Ich muss halt nämlich schauen... Äh... Wie ich das Ganze... Mache und so weiter... Das ist... Das ist jetzt nämlich ein Problem... Und wir... Aber... Ja... Also... Also... Falls die ganze mehr fertig ist... Ähm... Dann musst du dich, äh... Auf YouTube anmelden... Also... Mit... Mit deinem Konto... Ja... Und dann kannst du auf Schler drücken... Und dann kannst du also... Machen... Ich muss jetzt noch nicht öffnen... Achso... Okay... Gleich... Ist egal... Aber... Schau mal her... Äh... Schau mal her zu uns... Ob das gut aussieht, oder? Nein... Mein echter Name heißt... Dominik... Schau mal... Schau mal... Schau mal... Schau mal zu uns kurz her... Dominik... Also... Für einen... Für einen Schleimoment... Bitte... Wartet... Hat er... Hat er... Hat er's gut gemacht? Ja... Eigentlich schon... Weil ich habe ihn ja auch... Auch... Auch ein bisschen geholfen... Dann hat er's auch gecheckt... Ach... Ja... Urgeil hat sie's gemacht... Super... Ey... Kommt mal oben... Ich habe diese kleine Hüte gemacht... Ja... Und das kommt da rein? Ja... Da... Da werden die Leute... Ah ja... Du... Äh... Wie heißt dieser... Anderer... Wie ist... Evan... Okay... Evan... Okay... Ja... Dispenser... Meins... Oder... Ja... Genau... Redstone... Redstone... Zeugs... Aber... 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 Nämlich... Es... Problem ist... Es... Ja... Wieders... Ähm... Gibt es nämlich nicht... Weil... 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 Die kann man nur morden... Sonst... Gibt's nicht... Und das ist... Und das ist... Und das ist... Voll scheiße... Dass man die nämlich nur morden kann... Also... Lass... Das würde dann nur über den PC gehen... Hei... Hei... Was macht ihr? Okay... Warte... Warte... Warte kurz... Ne... Jetzt... Jetzt sind wir fertig... Fangts dann jetzt mit der zweiten an... Was denn? Lö... 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 Ja... Ja... Aber... Aber mit anderen Blöcken, oder? Ja... Wir... Wollts... Lö... 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 Also... Etwas... Da muss ich dann schauen... Ich muss jetzt essen gehen... Genau jetzt... Ich komm... Okay... Ciao... Alles klar... Hm... Ja... Keine Ahnung... Das... Das ist... Das ist... Wegen... Seiner... Kleinen... Schwester... Weil... Ja... Was ist? Hä? Wie außen stummeln, hä? Steht grad nicht... Ähm... Achso... Er hat... Achso... Er... Sollte sich dummen, oder? Okay... Ja... Ja... Nach so einer zweite Welt... Aber... Aber diesmal mit... Mit anderen Blöcken... Das... Äh... Das kannst du entscheiden... Mit... Welchen Blöcken wir die nächste... Insel bauen sollen... uje... W.: Ja... Das... Das hieß in Kampf... um Bettien zwei... ja ich glaube schon das ist das hier was ist ja nämlich gerade schon weil sonst weil sonst ja sonst hätten wir einfach nur eine ganz normale überlebenswert gestartet und ich weiß gar nicht was mir gerne zuschaut keine ahnung hallo lieber zuschauer dass mich gerade zuschaut bitte schreit mir gut ist und hat mir verlassen ja wo macht wie die zweite insel ich 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 Okay, sorry. Ähm, von da, da, ähm, da würde ich empfehlen, noch, noch ein bisschen weiter weg, hm, ja, na was, ich sehe dich, also, wo bist du? Hast du dich gesneegt? Alles klar. Ähm, bis unten. Ähm, weil du dich einmal eins nicht hast. Ähm, bis unten. Ja, ja, du kannst, du kannst ja, ähm, eine Insel machen, aber, und, wo, keine Ahnung, genau das Problem. Okay. 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 alles klar bitte nicht spämen ein freund hat mir geschrieben aber ich weiß nicht genau was alles auf deutsch genauso heißt ich muss ich muss so gut in google übersetzer auf mein handy google translate von englisch auf deutsch das habe ich gerne mal gekriegt hört sich auf damit baut weiter nicht einfach morgen in der früh THP nicht einfach macht ewig mit, wenn er auf ihre alle Sorgen morgen in der früh weiter geht 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 er will überleben und ich sag die ganze zeit morgen weil morgen in der frühe hab ich mehr zeit fragten hast überleben setzen gar nichts ich weiß ist zwar nicht ich weiß es zwar nicht aber ich also wie gesagt ich weiß nicht und zweitens ja du bekommst ja eigentlich schon schau mal schauen wir guter dominik ja draußen gibt es drinnen ich muss ich muss noch etwas übersetzen weil mein freundes versteht nicht so dhp not easy Wir müssen über den ein Schiff machen. Hey, was Schiff? Was warst du? Äh, was? Verstehe ich nicht. Also du musst hier stehen eine blaue Rolle machen. Dass man... Alles klar. Dass du weißt, welchen Team es ist. Ja. Okay. Du brauchst blaue Wolle. Okay. Und komm her, da oben komm drauf und du machst so einen Teil. Diese... diese Wolle? Ja. Und wir machen so ein Schiff. Also... Gut. Oder hör auf mit diesen Tauerhänden. Oh nein. Oh nein. Und... machen wir da fast strange aller was ok ok wo bist du kannst du das bitte zu ja ja du musst das du musst du zu machen also den schiff also den ding schluckst du zu machen ja mach es zu leute ja wir können so eine map machen wo ur viele leute reingehen können und dazu spielen so ja ich ja ich weiß ich weiß dass es eine coole idee wäre aber aber ich habe bis jetzt noch nie etwas gespielt weil man laptop immer abstürzt ist ist so ein alter beziehungsweise an also dann machen wir so viele leute so spiele also so viele spiele machen ist so ganz so ja ja kann ich jetzt wieder zu bekommen evan oder wie du heißt ok komm wir müssen den weg weiter bauen ok pass ok leute müssen tempo machen wir erst mal eine welt gemacht so eine ding gemacht oh herr arbeit arbeite aber aber da geht gar nicht kann man auch für auf jeden fall nicht nicht durchgehen nice komm wir müssen den Boten komm achten doch so da äh Dominik das ja ja mach mal weiter hey laura was geht's ist so schön, gell? ja ähm ein Freund fragt mich schon wieder ob ich ihn einladen kann alles klar äh naja ja ja Wir müssen jetzt die Skizze machen für den Flugzeug. Was? Was? Nein, es läuft noch weiter die ganze Zeit. Ja, da muss, da muss ich, ich glaube da entspackt im Internet. Hallo. Komm. Jo. Alle. Und jetzt brauchen wir die Spitze. Du brauchst dabei die Spitze? Nein, von vorne. Hallo von vorne. Ich habe vorne keinen Plan. Hast du nie ein Flugzeug gesehen? Wohl er schon. Aber... Also, so riesig geht es auch wie nichts. Das sind Fall ungerechtig aus, weil mein Gott ja ein Brötchen gebaut ist. Ja. 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 mit Grüß. was ist los guckt es wird hinten sein gespitzte so wie genau meint das oder ja fertig was auch sieht nice aus oder ja hast so recht jetzt brauchen wir schwarze wolle äh hier ich habe jetzt ein zuschauer was machst du da ja 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 Ich grüße dich zocker aka benjamin und vielleicht können wir morgen ein bisschen zocken schreiben damit dann einfach wird die von alles ok ok passt da darf jetzt aber mein anderer freund mitspielen er hat er hat also als er hat ja gerade verlassen mit dem egal gebaut haben also ich weiß nicht selber nicht genau warum wir halt nur wir zwei okay er hat also als spiel verlassen wir sind schon fertig wir fangen jetzt mit den nächsten dingen ich habe es mal gehabt aber ich weiß nicht ob ich mir holen darf und wenn du zufällig was akast dann schreibe ich mal kurz also ja würde mich interessieren oder ob es die fahre ist ich habe jetzt nämlich alles selber nachschauen weil er gerne weil man leistung er hat also keiner geschrieben hat und über die jahre schauen adam wolfgang ich bin adam wolfgang ja er hat 17 ja dafür in der party kommen ich weiß nicht ob er bock drauf hat schreibe mal bist du in die party kommen wenn ja dann schreibt jetzt weil ja egal wirst du bald gekommen also nur wenn du willst muss nicht aber wenn du willst ich sagt ja alles nach alles klar man was ja ja rocket league habe ich habe schon arbeitet da bin ich jetzt mal semi profi geworden in letztes ich weiß nicht und das heißt ein haar also nacht verstehe ich gerade nicht was denn nicht manche mit einem haus überhaupt die ganze zeit ja mit mit dem zuschauer da was ja hatte jetzt doch auf party oder nicht die warte ich habe ich habe ohr gekriegt aber aber ich bin ja dann schreibt mal bitte oder oder so soll anworte man mit ja und dann kann ich dich auch einladen oder buchstabier mit ja buchstabier einfach buchstabieren müssen du musst musst du nicht buchstabierst keine ahnung kannst du dann machen kannst du dich nicht keine ahnung ich warte bis er ja schreibt es oder ja buchstabier buchstabier ja ja es ist langsam es 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 ist es ist machen jo er das dann habe ich dann auch schon ein äh, Kuppen-Party-Dings-Zeugs, keine Ahnung, wie es heißt. Das ist Team Blau. Und meine TeeFee ist runtergefallen. Okay. Okay, das sieht schon mal nice aus, wir fangen schon mit dem... Guten Start an. Ja, moin. Ähm, der Zuschauer also, was mir gerade geschrieben hat. Ach so, ich glaube, ich habe nicht das Darmland. Ey, Zocker. Ich glaube, er hat ein Headset. Ich weiß es nicht. Zocker, du Mocker, wie geht's? Okay, jetzt zocker, der Mocker will nicht reden. Wenn ich dann... Und der iPhone Kopfhörer? Am iPhone Kopfhörer geht nicht. Äh, da muss man sie... Auch kaputt. Äh... Hast du, hast du die ganze Zeit, die PlayStation Kopfhörer? Die würden auch funktionieren. Wir müssen jetzt neuen Wäldern machen, sagst du. Ja, aber... Aber er hat nämlich, ähm, kein... Kein Herz oder was auch immer. Äh, ja. Dann habe ich keine Ahnung. Wann helfen mir? Okay. Ähm, er fragt, er fragt uns, er fragt mich ja, ob ich dann nachher, äh, wir beide, wir beide gleich PvP machen, fragt er gerade. Ja, nachher, also, du und ich fragt er gerade. PvP? Okay, aber mit anderen, ich frage mit Teams, oder ohne Team. Mit Teams, mach mal, aber wir sind gute Freunde. Okay, also, also, ähm, dann müsste ich, äh, die, die Welt auf online stellen und dann, äh, ja. Ja, aber nicht auf dieser Welt, sondern, frag ihn, ob, äh, Bocco Faro hat, dass wir spielen. Also, hast du zufällig, äh, hast du zufällig, als Bocco Faro? Dass wir spielen. Ja. Also, spielen, ja. Also, wenn er nicht Bock hat, ähm, müssen wir nicht. Äh, und ihr Fans, wie ihr Livestream angucken, äh, schreibt's auch schnell in, also, im Livestream, oder auf seiner. Ich geh von Partie, ich höre euch so. Ah, okay, passt. Äh. Äh, schreibt's auch, äh, 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 in, also auf der Playstation, wenn's den habt, PS4. Was wir jetzt machen? Sollen Waro spielen oder? Okay. Wir machen noch den Boden von dieser Welt fertig und dann machen wir Waro, okay? Ja. Hallo? Ja. Oder willst du PwP was tun? Was ist die beste PwP? Ja, daal. Hallo? Oh, das ist die Bedeutung. Aber ich meine Bedeutung ist ja. Was ist die beste PwP? machen wir in deinem baum wir schnell dann eine war und weg auf oder hast du schon mal ich habe ja können wir machen wir fangen schon mal jetzt an leute er macht eine kurze pause ja wir beginnen die leute ja ich bin hier schon mal zufällig ob welche freunde meintracht socken und die war ja mein freund hat geschrieben ja aber er will nicht kommen also also wegen warum spielen und wir sind schon zwei wir machen team oder oder nicht mit jemanden ja wenn wer geht das dann egal wenn ein anderer freund er hat schien warte ich frage kommt gleich wieder ok passt ja mit männer und so weiter soll ich dich schnell einladen dass wir schneller sind oder macht das ja da lade mich dann auch dann gleich ein also der leute wir machen wir so ich warte ich muss man wäscht mir ist gar nicht kalt obwohl obwohl die obwohl ich gar keine heizung eingeführt hat immer ich habe dich schon eingeladen und und dann wenn noch jemand kommt friedlich und ok ich kann das ok ja ich glaube ich kann das nicht Kleine Unterbrecherung und dann bis gleich. Hallo? Ja? Bist du mal getreten? Warte. Jo, Leute. Jo, Leute. Ich mache eine kleine Pause. Und ich bin gleich wieder für euch Lawina da. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay. Okay. Okay, Erna, kannst du das bitte vergrößern hier? Warte, mein Internet war gerade wieder am Rumspacken. Okay, ähm, es ist kein Problem, äh, das zugegnen an, als, als, als du sagst, dass du dann mit deinem Freund spielst. Ähm. Nein, kein Problem, wenn jemand mit deinem Freund spielt. Ist eh gut mehr Spieler. Also, als, als du kannst, du, kannst du, ähm, den Ingame-Namen sagen, weil sonst kann er nämlich nicht beitreten. Ja, das ist, ähm, das ist das Problem. Jo, passt, ähm, hast du, hast du meine, meinem Freund eine falsche Frage gesendet? Ähm, Dominik? Ja, ähm, was, was nämlich, äh, das Problem ist, Benjamin, äh, du musst, du, du musst mein Freund noch ein, etwa sind, weil, weil es, äh, seine Welt. Kannst du trotzdem, äh, einladen? Ja, ich weiß es nicht. Und jetzt Sockers 3D, ähm, ich finde ich gerade nichts in meiner Liste. Sockers 3D, ähm, das ist, ähm, das ist, ähm, das Problem, weil sonst würde ich dich nämlich schneller finden, als, wie, sonst. Ich, ich, das ist ja jetzt zu finden. Zocker 3D, 8, 8, 1. So, ich hab dich mal gefunden, äh, falls ich nicht beitreten, kannst dann... Dann... Dann weiß ich auch nichts. Wir müssen noch den Ton machen, okay? Er will doch nicht, alles klar. Was ist da los? Sein Freund wird doch nicht wie klarer Spielen, alles klar. Als ob, als, als ob dein Freund aus Ja gesagt hat und er ist müde, okay? So, ähm, andere Freunde hast du eben nicht, oder? Also, also vielleicht, vielleicht, ähm, ladest du, äh, ladest du die, die, die ganzen, äh, Freunde von dir in der Gruppe rein, äh, vielleicht, äh, oder haben sie dann Bock auf Faro oder so, aber so in der Richtung. Ich muss ihn kurz kehren. Hä, wieso? So, Kater. Warte, er muss, er muss sich, er muss sich nämlich, äh, kurz dritten wegen, wegen dem, ähm, also wegen der Kater. Weil sonst, äh, verscheiß ich. Nee, man kann nicht schlagen, was hat er gemacht? Ja. Hat er, hat er was grad tief? Keine Ahnung. Ach so, Spieler kann man nicht schlagen, hab's immer. Ey, kannst du, ich hab die Moderator angemacht, oder? Weißt du, ja? Ja. 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 Ja, und kannst du machen, dass ich Spieler töten kann? Hä, wie? Dass ich ihn töten kann. Ja, du musst, da, da, da musst du aber, aber den, aber den, äh, Spielmodus, ähm, bei ihm auf, überleben setzen. Deswegen. Hab ich. Mach du, mach du alles, nicht Moderator. Ich kann es nämlich nicht, ähm, ähm, äh, weil du bist ja der Host, also der Spieler am Börsen zu sagen. Warte. Ich hab jetzt, aber du kannst, aber guck, es gibt, ich kann, probier mal jetzt etwas kaputt zu machen. Aha. Äh, bist du so geil nachgemacht? Ne. Hä, was Hilfe? Ich versteh dich nicht. Sehen. Ach so. Bitte? Junge. Weißt du was, sein, sein, äh, Feind hat, hat nämlich, äh, doch kein Bock mitzuspielen. Aber da, äh, bei der Hostoption kann man ihm zu machen, Spieler angreifen. Ja, was, was, was steht bei dir also bei ihm? Da steht, Moderator kann, warte, ich gebe mal Moderator, er kann unsichtbar fliegen, erschöpfen und kann teleportieren und überleben und das alles. Ja, ähm, kannst du mal, äh, Benjamin, kannst du mal, äh, nach, äh, Ding schauen, ähm, ob, ob, ob der Spielmodus kreativ ist, weil, 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 wegen, dann, also, wegen, mein Freund, weil er deine Karte möchte, deswegen. Er möchte dieser will meine Karte annehmen. Jünger, aber ich will hier, warte, ich muss das Spiel verlassen. Hä, so. Weil ich das anmache, weil ich ihn töten kann. Sorry, aber ich muss. Äh, ich hätte mal, dass ich das nicht eingestellt. Sorry, ähm, ja, was gar das Problem ist, ich weiß es nicht, ähm, was ich jetzt noch alles machen soll. Ähm, ja. Ich hab genau einladen gesendet. Hast du meinen Freund auch gesendet? Ich hab, ich habe nicht das Wort. Ach so. Ja, er ist, ähm, er ist nämlich, er hat, äh, rausgegangen, also, aus dem, äh, äh, aus dem Spiel, äh, äh, aus dem Spiel. Ich hab auch noch mal ein. Ich hab schon ein paar Spielern gehabt. Oh, in die Party oder was? Hm. Ähm. Zocker. You're welcome. Bitte, bitte. Ähm. 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 Zwei gegen zwei oder 21 21 21. Zwei gegen zwei, na klar. Okay, dann lade ich noch ein Freund an. Äh, äh, wir haben ja noch, ähm, wir haben ja schon einen Freund, wir sind ja eigentlich schon vier. Heute. Nein, ich hab nur viel eingeladen, ich hab auch einladet, was willst du? Äh, okay. Äh, okay. Und ja, hier bin ich einladen, der kommt fit. Okay. Du, wir da erkennst du dumm, dumm 1402. Am Ding, der hier gerade geredet hat, der Hof der Party, ja, ich bist du eigentlich. 14? Ich. Ach so, der. Wieso? Hi. Ähm. Existiv. Wieso? Wir zwei im Team gegen die zwei. Ähm. Es ist egal. Ich muss jetzt schauen. Ich und, äh, den seinem Team. Ja, das war das gerade. Wir, wir, ähm, bräuchten noch, ähm, einen, einen Freund, der war's nicht. Wir, wir, ähm, bräuchten noch, ähm, einen, einen Freund, der war's nicht. Ich, mit meinem, äh, freund, äh, spielt, weil, äh, weil, äh, sein, um noch ein Freund, wenn es tut. Das ist, du musst. Ja, ähm, muss ich halt schauen. Das ist, das wird meine Rüstung anziehen. Dann will ich hier nackt sind. Äh, ich, ich lade euch mal ein, okay? Okay. Okay, dann geht's halt noch weiter. Und, äh, du, wie da kennst du den, äh, dom, dom? Der, der, der in der Party ist? Nein, dom, dom. Ja, kenn ich. Und, xd flash kann man auch rein dann. Ey, ist er nett. Hallo. Ist er nett? Hallo. Hallo. Ist er nett? Hallo. oh gott warum wer wird sieger sein bitte jetzt die flächen machen was witzig ist okay aber dafür spricht und geladen ein ich bin extrem du glaubst gar nichts ich glaube ich nicht da war die freundlichen direkt los mann wo ist hier eine waffe drinnen ich muss den typen recken ich nehme nichts aus wo ich muss ihn erschießen wir haben da waren gewonnen wann geht's los fragt mein freund wann geht's los was los lang ja also 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 was problem ist wir bräuchten nur noch ein freund wenn mein freund als das was nämlich kein hetze tat und ja hat die flasch alles die flasch nix der name klingt so komisch alle vielleicht habe ich ihm was getan aber bist du wir brauchen nur noch ein freund dann ja da gibt es schutzzeit oder warte mal ding wer ist der haus von der welt da ja nach können wir uns das machen ob wir überhaupt sie draus machen können ja ja nein uhr zehn normale so hat sie da geht das ist wie wachen wird es ein bisschen schneller geht komm bitte wenn haben wir am anfang auch gleich verzauberte ausrüstung von den nächsten und so ja das war voll geil bitte ja okay dafür darf ich gehe damit ich dir erklären kann was du verzaubern muss und so ich will oh 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 wie viele leute sind wir ja ich weiß die leute aber es ist nur so wegen mein freund weil er hat der genetze es sieht mich gerade nur über leistung so deswegen ja und ich gehe er hat er was macht ja ich bin der tnt man dominik jetzt nicht mehr Dominik ich weiß nicht nur ein leiter 8 ja dass das das war das hier das schein das war die Flasche das war die Flasche ich weiß es ist die Flasche ich hab sogar selber gesehen die Flasche die Flasche ja ja die Flasche die kleine Missgeburt ein Spaß Alla was soll das und hat jemand von der Stadt und die Deins ja okay ich will mit einem Battlefield 1 es gibt nein nein ich weiß Dominik Dominik darf mein Freund kreativ Modus also der Zocker warum ich weiß nicht weil es kann das Willem der Bock drauf hat ja mach ihn auf Nein tust lieber nicht jeden kräher aber nicht der kleine schweizer 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 man es dürfte schweizer und schweizer genau das gleiche ab jetzt weil Österreicher ich bin Österreicher Österreicher neustrisch die Flüsse ich bin Österreicher du bist Zigeuner Zigeuner Österreicher die die einzigen wasch-echten Österreicher sind wir da herrschen man sieht jetzt nicht weiter damit umfass alles klar du bist keine Verleidigung und die Füßen die 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 bi hat oder hat nein oder ich hatte nein sind land See hat hat sie die sache alles klar vielleicht sind die fotzen bekannte wow Wow Setz mal bitte um things of It's the flesh of peace the heavenly here in kakau von bauer Okay, könnte man mal kurz die p-rechte gehen Wer hat da hier ein gold apel gegessen oder Wieso Die tp-rechte gibt mir tp-rechte bitte Ja, was ist das man Die einfach tp-rechte und siehst du es ja ich kann nicht Weil es kann nur Wer singen das Hostin Ja Und so das ist du bist ja nicht du um kannst du mir bitte tp-rechte Geben ich bin vd ist an drei und setz alles über die maße nicht Den lagen keine ahnung Okay, warte mal zu mir teleportieren Bleibt einfach hier drinnen Sollt ihr sollte drinnen bleiben Was ist denn du und du sollst dir reingehen man du fettes kind Oh shit Stecks so ausgewicht, dass ich ausgeflitscht Oder was Oh shit Bis Dann ist er halt cool Er trinkt aber milch nach was auch immerhin das bringt Darum auch nicht Ich finde das dnd man Alles klar Ohne witz xxd flash man Ich habe keinen bock mehr können wir jetzt bitte loslegen ohne dass du irgendeine scheiße machst Ja ist klar, also ob Also er schiebt sich mit dir ab Jetzt lasst das Und er schiebt sich dir sachen Nein, ich habe keinen bock Ich du dummes Stück scheiße, das gehört dort Oh Gott Ich hause die Leute, die noch nie Ja Ja Hier Wo bist du Wo bist du Ja hier Ja Ja Geben die ganzen Sachen Ha Gebt sie Hüfte was Hörbe halten sie nicht das scheiße Okay dann tschüss Es sind alle so unglaublich dumm behindert alter genau deswegen haben sie auch verlassen hast du mehr freunde ich weiß nicht ob die war wollen ja ich habe nämlich keine ahnung als ersten sind nur 103 frau 111 von anderen hatte ich schaue ich schaue mal durch meine ganze liste ich habe einen ich habe einen ich weiß nicht ob das fix warum machte war scheiße ja sonst ja ja sonst habe ich nämlich keinen lade mal ein ja es spielt sogar selber war da hat mich tatsächlich aber nachher beleidigt das ist langweilig wenn wir einmal von meinem freund ja ich weiß was ich da ist machen soll aber ja was sollen wir machen ich weiß es einfach nicht warte ich gehe mal ein paar ich weiß das kacke ist wir können nämlich nicht immer spielen er war weil keiner meinen freunden möchte und das sind diese scheiße benjamin ja ich weiß nicht was ich machen soll wegen ja ich habe nämlich gar keine ahnung aber ich kann es machen und um ja 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 ich bin mit einem normalen welt oder ich probiere mal noch welche spiele zu kriegen wir brauchen nur mein einzigen freund wenn es ist keine korn machen und hier macht man macht es dir etwas aus wenn jetzt niemand kommt dann spielen wir einfach normal also wenn es für dich in ordnung wäre nein ich habe ich habe sie nämlich nämlich gar mein freund gefragt also von da ich sage ich sage ich sage ich sage ich habe die erfüttel was du hast oder kann kannst du bitte meinen freund kreativ geben wir brechen ab ich hab kein loch mehr zu warten ja ok leider das wird wahrscheinlich gewesen sein aber ich hoffe nicht machen wir eine neue map und da spielen wir mal pvp also mini wir drei oder nein weil mein freund ja alleine ist genau das das ist es das ist das problem ich hoffe schon ich wollte keine lust ok können wieder ein monstel vernehmen können wir dann morgen spielen was meinst du ja hey deine deine stimme hat sich irgendwie verändert nice und wird so hast du hast du einen bock auf warum wenn ich ich weiß nein wir sind ja es immer 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 manchmal so ein paar warte gut ich bin mal kurz weg und was sein jetzt machen er macht macht ja nämlich mit mit mir im team sein und das und die blöd und die keine ahnung was wir machen sollen warte 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 kurz noch mal bitte sagen wir sollen jetzt mini spiele spielen weil ein freund als also als dieser dieser für diese freund an geschrieben hat also der zocker hast 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 was ist was das für dich ja kommst ja ja ok können 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 wir den spielen 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 spiele ja ok ich starte ich starte mal ich habe ne leute ja machen erst team wir machen erst team okay aber ich bin nur eine runde ja wieso weil ich muss dann auf ach so ja passt ich lade euch gleich ein ich mache dies ich mache öffentlich spiel ich verstehe gerade nichts ja also also sollte ich jetzt auf öffentlich spielen oder will Natscha? Natscha? Jo. Alles klar? Ja. Ja, das... Das kenn ich. Ähm, wie viel Jahre alt bist du? Wie viel Jahre alt bist du? Also wenn ich fragen darf. Ich bin auch 14. LOL Wie hat jemand von euch? Ähm, ich weiß nicht, äh... Warte, ich muss... Ich muss auch doch mein... Mein, äh, Freund einladen. Weil... Wegen Jahr sein, äh... Weil sein Netz ist kaputt. Ja... Okay. Okay. Nice. Nice. Äh... 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 Warte... Warte... Soll ich die Folgen? Oha! Oha! Nice! Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ich bin gerade, äh... bei dir. Echt? Echt? Oh... Oh... Oha! Good game, Alter! Nein! Nein! Nein, das ist... Das... 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 Das war mein Freund! Okay... Ich... Ich... Verstehe zwar nicht den Grund wieso, aber... Wow! Ja... Und... Was... Okay... Okay... Was... ihr seid nicht die einzigen es gibt es noch es gibt es noch leute ich nicht ich nicht ich nicht ich werde ja ich verstehe ich sehe einen das ist der alex und andere komische typen nein ich bin dort drei herzen noch oh mein gott ich habe es noch überlebt gg ok wenn es wenn es wirklich was ist dann alle respekt ein fast dort mein gott ich bin hallo wer ist das hier ich habe gar mein gott der anrad mit der alex geht ja und was ja nicht die abwicklung fast voll rüstung er hat eisenheim goldhose goldhose goldschuhe und war mutig zu 10 20 prozentige chance da bin ich mir sicher ja unter dir unter dir er ist unter dieser brücke er kommt zu dir ja etwas sucht hat aber aber er kommt nämlich nicht hoch pass auf pass auf da kommt es hier hier als ob als ob was macht er überhaupt er ist er kommt jetzt er kommt jetzt er kommt jetzt muss gewinnen du musst mein tod rechnen ja weil es es könnte wo hana ist das Nenn mich bitte, Dominik. Achso, geschrumpft? Achso. Ähm, das ist das vierte. Ich hab's ja auch gemacht. Das ist das beste Map aller. Ja. Ich mag diese Map. Hey, wieso? Die Schuhe. Die Schuhe. Hey, wo? Hey, wo? Hey, wo? Ja. Nein, ich hab' den anderen Runter geschossen. Ich hab' ihn gekillt. Ich hab' ihn gekillt. Die Kiste ist's. Ich bin... Ich hab' ihn nicht trocken... Nations V Offen... Neue Ich? Mann! Warte! Warte! Oh! Shit, ich bin tot! Ich bin das zählt! Nein! Eisenbrustplatte ist weg! Leute treffen uns beim Spawn! Ich bin hier beim Spawn! Shit, shit, shit! Ich komme so schnell, wie ich kann beim Spawn! Ich bin das, okay? Ja! Jo! Ja, komm! Kommt! Kommt! Kommt bei mir! YOLO! Wo ist der? Wo ist der? Ja, ich weiß! Oha! Mein Gott, wie derg schon, Allah! Hat jemand Essen? Ja, komm schon! Immer! Komm, ich komm immer! Ich muss essen! Hier ist er! Braucht jemand ein Bogen von euch? Ein Bogen! Ich... Ich bin... Ich bin nämlich nicht so gut im Bogenschießen, aber... Egal! Also, was willst du, ob das ein Gegner? Ähm... Schafe 1, äh... Schaufel! Geil! Ich weiß... Ja, ich weiß... Ja, ich weiß... Hä, wer hat sich da geschlagen? Ach so! Ich! Hast du... Hast du... Hast du eine Diabicke? Oha! Ich hab schon eins, Allah! Hinter dir! Oha! Nein, Mann! Ich bin Jesu! Mir fehlt noch ne Gucht! Ach so! Ach so! Ich... Äh, du hast dich eingesammelt! Thanks! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Das hast du gemacht! Das wird geschlagen! Ich hab... Ich hab... ich hab... kein Essen! Wir kehren uns... ATAB! Das wird... Musik... Köln! Man... Komm! Gehen wir versuchen! Ich hab hier kein Bock mehr beim Sparen! ist das bist du wirklich sicher ich habe ich habe keine sachen da dass das was das ist ein feind aller ich brauche ich habe ich habe ich habe so was ich hab kein sala ein halbes halbes seines ja genau wer ist alexander okay ja da ist da ist dabei ein klein einfach für den akar aquarium aller schwarz zu sagen als ob fit mich ja die habe ich gehabt aller schau du musst dir gehen siehst du nicht hier ich hatte nur noch eine frage ok ja was ihr was was nämlich als problem ist mein freund kann uns nicht mehr arm zu sehen da war es so was ich weiß aber ok dann ja 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 nein ich hab nicht gutes darf jetzt ganz auf die auf den boden die question der weise fort sofort gestohen dominik was machst du hallo ich hasse diesen zocker mann einer ist voller eisen eine und fehlen noch hosen ich bin nein die platz das noch alex ok als ob ich bin ich bin ich bin sechster wo kann man auch mal wo kann man maps aussuchen wo kann man maps aussuchen welche passen mit krass aber was muss man bitten nimm bitte ruhene ruhene die beste map nein bitte nicht nein oh snap fack stock schärfe 2 alle bist du am ding dominik ja nicht die man also ich sehe dich hallo ich habe einen Schatten oder ich habe einen Schatten ok so wo bist du dominik ich habe dich gerade komplett aus den augen verloren ich bin leicht zu wecken aller nein nein aller frei die geschichte faktor er wieder aus Alter! Er ist voll! Nummer 1 ja so einer geht mich an dieser der gewonnen hat gegen dich alles dann kommt die aller einfach hast du an chartet für hast du das hinter dir Ja, das ist das Bläu. Häng da, häng da, häng da, häng da. Häng da, häng da, häng da, häng da, häng da. Alter, häng da, 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 häng da. Is my slide, hängnorm steam party. Näh, is it, scheiss. Ähm, is it egal, ähm, bishop�häa und äne map quer, ja. 4. vierter ETA ja er war in der Konkurrenz nicht ihr könnt die Dinge k k man hat ja das wird dann auch mal alle zwei Dinge so sehr gut Arp Oh snap alles klar ich wusste nach der runde auch offline ja okay ja ich war ich glaube wie viel gegner sind noch übrig 123 herr ist der andere soll nicht spielen kämpfen jetzt alle gingen erkämpfen wir ich weiß dass ich heute scheiße ist was bei mir lade jetzt ja ja ich hatte wegen mein kopf ich musste starten und ja ja leute ich muss jetzt hat die nacht macht immer eine woche ich schreibe nur dominik muss ausschalten also als so nach der runde ich war ich war ja okay sie haben jetzt fertig und bis morgen ok jola das was wir heute mit der folge von minecraft bvp und zweiter von einem riesen und ja alt rein bis zum nächsten mal